Insbesondere die Marke Porsche steht für Tradition und Innovation. Und genau dieser Philosophie folgt auch unser Konzeptfahrzeug. Es ist ein typischer Porsche. Es hat die Proportionen eines Porsches. Wir haben zum Beispiel einen Lufteinlass anstatt eines Kühlergrills. Oder die für Porsche so typische Topografie, die Kotflügel sind höher als die Haube. Diese Verbindung aus Sportlichkeit und Funktionalität bedingt ein neues Fahrzeugkonzept. Wir nennen es Sport Tourismo. Das Fahrzeug hat typische Porsche-Elemente, wie zum Beispiel die stark ausgeprägte Schulter über den Hinterrädern. Es sind aber auch neue Design-Elemente umgesetzt, wie zum Beispiel die sehr schlanke, dreidimensionale Heckleuchte. Auch in der Seitenansicht macht der Sport Tourismo seinem Namen alle Ehre. Räder mit Zentralverschluss oder auch dieser seitliche Luftauslass, der ganz klar Performance visualisiert. Die nach hinten abfallende Dachlinie, die in dem innovativen Spoiler-Konzept endet. Als Designer sind wir besonders stolz auf die Tatsache, dass das Fahrzeug keine Außenspiegel hat. Noch nicht einmal einen Halter für eine Kamera. Auch das Interieur des Sport Tourismo verbindet Dynamik und Funktionalität auf eine sehr harmonische Art und Weise. Außerdem haben wir unsere Bedienphilosophie konsequent weiterentwickelt. Alles in allem ist der Sport Tourismo e-Hybrid unsere Vision eines nachhaltigen Sportwagenkonzeptes und die konsequente Weiterentwicklung der Porsche Designsprache. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der 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 nächsten